In diesem Tutorial werden wir uns anschauen, wie man den Abstand eines Punktes von einer Ebene mit Hilfe des sogenannten Lotfußpunktverfahrens bestimmen kann. Bevor wir gleich eine Beispielaufgabe lösen, möchte ich zuerst kurz anhand einer Planskizze unseren Lösungsweg andeuten. Wir haben also ein Punkt und eine Ebene, die gegeben sind und unser Ziel ist, den Abstand von diesem Punkt zu dieser Ebene zu bestimmen. Wenn man diesen Zusammenhang von Abstand redet, dann redet man natürlich von dem geringsten Abstand und dieser geringste Abstand trifft immer orthogonal auf die Ebene. Dieser Punkt, wo der Abstand auf die Ebene landet, heißt Lotfußpunkt, hier gekennzeichnet mit L. Damit man den Abstand bestimmen kann, braucht man diesen Lotfußpunkt. Ich hoffe, das ist ja klar, P ist ja gegeben. Wenn wir L hätten, dann können wir einfach die Länge dieses Vektors per L bestimmen. Um das zu erzielen, stellen wir eine sogenannte Lot- oder Hilfsgerade auf und anhand der Planskizze kann man ganz gut erkennen, der Lotfußpunkt ist nichts anderes als der Schnittpunkt zwischen dieser Gerade und der Ebene. Damit kriegen wir L raus und damit können wir den Abstand bestimmen. Für den Fall, dass die Lösungsbeschreibung vorher zu schnell ging, werden wir es das Ganze Schritt für Schritt anhand eines Beispiels anschauen. Rechts habe ich die ganze Situation nochmal abgebildet, damit wir die Schritte, die wir jetzt machen werden, besser nachvollziehen können. Als erstes haben wir gesagt, wir stellen die Gleichung einer Geraden auf, die zu E orthogonal steht, eine sogenannte Lot- oder Hilfsgerade. Wir erinnern uns, für eine Geradengleichung benötigt man eigentlich immer einen Stütz- und einen Richtungsvektor. Also, die kürzen wir jetzt ab mit G. Vektor X ist gleich. Als Stützvektor können wir natürlich diesen Punkt P nehmen, der auf dieser Geraden liegt und wir auch gut kennen. 2, 0, 2. Und dann brauchen wir noch einen Richtungsvektor für unsere Geraden. Und das Einzige, was wir wissen, ist, dass dieser Gerade orthogonal zu der Ebene steht. Das ist eine Lot-Gerade. Aus diesem Grund können wir von unserer Ebene den sogenannten Normalvektor klauen. Das sind genau die Koeffizienten hier für X1, X2 und X3. Weil, wie erinnern uns, der Normalvektor steht immer orthogonal zu der Ebene. Und damit haben wir auch einen Richtungsvektor. Und das könnt ihr natürlich immer so machen. Also, kurz gesagt oder hier angedeutet, der Stützvektor ist immer P als Ortsvektor dargestellt. Und der Richtungsvektor ist immer der Normalvektor dieser Ebene. Als nächstes wollen wir diesen Lot-Fus-Punkt als Schnittpunkt zwischen der Geraden G und der Ebene E berechnen. Dafür zerlegen wir jetzt hier an dieser Stelle die Gerade in einzelnen Koordinaten. Also, zeilenweise kann man sie zerlegen und schreiben, X1 ist entsprechend 2 plus 2t. X2 wäre dann 0 plus t mal minus 1, also minus t. Und X3 sind dann 2 plus 2t. Diese Werte für X1, X2 und X3 setzen wir natürlich hier in unserer Ebenengleichung ein. Also, wir haben dann 2 mal 2 plus 2t minus minus t und plus 2 mal 2 plus 2t. Und das Ganze ergibt minus 1. Was hier entstanden ist, ist natürlich eine Gleichung mit einer unbekannten. Also, wir lösen die Klammerfassen zusammen und formen nach t um. Entsprechend habe ich dann 4 plus 4t, minus minus sage ich wieder plus, also plus t. Plus 4 plus 4t sind minus 1. Dann als erstes fassen wir die t zusammen, sind 9t. Und 4 plus 4 sind natürlich 8. Und diese 8 können wir rüberbringen mit minus 8. Und somit haben wir auf der rechten Seite dann minus 9 stehen. Dann teilen wir noch durch 9 und damit ist t minus 1. Um diesen Lotfußpunkt zu bestimmen, setzen wir natürlich jetzt diesen t-Wert in unserer Geradengleichung. Deshalb deute ich das nochmal kurz hier an. Also, t in g einsetzen. Und wenn wir das Ganze zusammenfassen, haben wir dann 2 minus 2 sind entsprechend 0. Dann minus minus 1 sind 1. Und die letzte Koordinate 2 minus 2 ist auch 0. Damit haben wir L. Und unser letzter Schritt. Da wir jetzt L haben, können wir einfach als Abstand die Länge des Vektors per L bestimmen. Das bedeutet, wir bilden erstmal diesen Verbindungsvektor per L. Das bedeutet für uns nichts anderes als L minus P. P haben wir da oben stehen und L ist dann 0 minus 2 sind minus 2. 1 minus 0 ist 1. Und 0 minus 2 sind wieder minus 2. Und Betrag oder Länge von PL ist dann Wurzel aus jeder einzelnen Koordinate ins Quadrat. Und alles schön zusammengezählt. Also, 2 hoch 2. Das Minusvorzeichen können wir weglassen. Plus 1 hoch 2 plus 2 hoch 2 sind natürlich Wurzel 9. Was wiederum drei Längeneinheiten ergibt. Das ist das von uns gesuchte Abstand. Beim Bedarf noch ein paar kurze Hinweise für Anwendungsfälle, wo man Abstand-Punktebene benutzen könnte. Als erstes, wenn zwei Ebenen parallel sind und wir den Abstand suchen, können wir natürlich aus der einen Ebene einen Punkt aussuchen und einfach zum Beispiel über den Lotfußpunkt den Abstand zu der zweiten bestimmen. Genauso ähnlich verläuft es auch, wenn eine Gerade und eine Ebene zueinander parallel sind. Dann können wir zum Beispiel den Stützvektor der Geraden nehmen und einfach den Abstand zu der Ebene bestimmen. Und ein etwa komplexerer Fall entsteht dann, wenn wir die Höhe einer Pyramide suchen. Wir versuchen uns als erstes eine Pyramide vorzustellen. Und die Grundfläche dieser Pyramide ist natürlich eine Ebene oder man kann es als eine Ebene sehen. Und die Höhe ist nichts anderes als der Abstand zwischen der Spitze S und dieser Grundfläche. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar Hinweise. Im Abspann findet ihr noch ein paar nützliche Tutorials. Zum Beispiel zum Abstandpunkt Ebene mit der hessischen Normalform geht natürlich viel, viel schneller als mit dem Lotfußpunkt. Allerdings ist der Lotfußpunkt auch ein notwendiger Übel. Dann, um einen möglichst einfachen Lösungsweg hier zu haben, braucht man natürlich Ebene in Koordinatenform. Und wenn ihr Bedarf habt, findet ihr auch im Abspann die Umformung in die Koordinatenform. Und natürlich macht es auch Sinn, dass man sich den Abstand zwischen einem Punkt und einer Geraden anschaut. Und natürlich macht es auch ein paar Minuten.